Super, jetzt ist Dana auch weg vom Fenster. Ich frage mich, ob für mich überhaupt noch eine übrig bleibt. Oh, armer Andi. Ja, aber die sah echt so glücklich aus. Ich finde auch, dass die beiden zusammen gehören. So wie wir. Immerhin zwei Männer weniger auf dem Markt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020